ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin der Gruppenleiter, ich kann nicht, Hilly muss Hilly, du bist Gruppenleiter Komm mal ab, Alter Billy, ich hatte nicht mehr so viel Sex, als ich damals Gruppenleiter im Ferienlager war Wie hieß der bei South Park, Mr. Owl Ich meine damals, als wir noch dachten, Eis essen, wäre Sex gewesen Nackte Kanone Wer war das denn jetzt, der war echt jetzt heftig Benson, Alter, benimm, benimm dich Oh, der Röpser, ist das ekelhaft Ich fahr mal hoch Schön gerettet Ja, volle Kanne, war geplant Hier, der Gummi wird dann auch mit Maus und Tastatur spielen, weil der Oh, sehr schön, Math, 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 treib ihn rein, treib ihn rein Sehr schön Mach die Abtreibung So, Mist, das Klatschen, Mist, das Komisch Ne, komm, ist der Schleswig nicht da, ey, der zeigt, der Merz sein wahres Ich gehe gut, meinte Es gibt immer einen Negativpool, weißt du Ja, der Profi, ne Wir sehen die Profis, ja Ein Negativpool Pool? Pole? Was? Nee Ich sag, ich muss ja nur post, ich sag, dass du kein Pokémon-Champion wirst Oh mein Gott Alter, apropos Pokémon-Champion, wir haben einen hier im Clan, der, ähm, der spielt nie mit uns, also früher hat er mit uns gespielt, ne, hier noch zu MOA-Zeiten Ja Aber der, der spielt Pokémon auf, äh, Pokémon auf dem 3DS und ist, ähm, oh fuck Ist, ähm, da gibt's irgendwie fette Rangliste, Weltrangliste und da ist er auf Platz 29 oder 27 Von Pokémon oder was Ja, und das spielen, das spielen in, in Japan, China, keine Ahnung was spielen Das ist Millionen Und er ist unter den Top 30 Knorke, man Was soll ich sichern? Voll daneben Komm, 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 komm Schön, Billy Billy, geile Sau Nee, überlegt euch das mal in Pokémon auf dem 3DS, hallo Ja Voll geil, ey, würde ich auch machen Ja, rock voll Von klar Gumm, ich hab heute bei Chris gesehen, ähm, der hat ein Adventure-Time-Spiel auf dem Handy, das ist geil Adventure-Time Spielt ihr Handy-Spieler und so? Joa, gelegentlich Ich spiele Summon Im Moment nur Fallout-Shelter Ich kann da überhaupt nix mitreißen, irgendwie Hier, an der Mitte, an der Mitte, scheiße Ich komme Ab und so Fallout-Shelter, ich muss mal gucken, wie jetzt meiner, meiner Vault geht Ne, ich, oh, das war aber laut, Alter, schrei doch nicht so, Digga Ähm, ähnlich wie Fallout-Shelter habe ich Dings gespielt, äh, Star Wars Tiny Death Star Das ist ja genauso Das habe ich lange Zeit gespielt, das fand ich witzig Du hast eine lange Zeit, äh, Simpsons gespielt Oh yeah Ich stehe ja schon ein bisschen nach vorne, also da warte ich draußen, demnächst vorne Weißt du, weil ich das weiß, Alter Ja, weil wir da gefreundet waren Ja, weil ich die Zuhöre Ja, so Aber das Ding mit Simpsons war, ähm, ich wollte da ja einfach gut sein und ein Kumpel von uns Ich will den Namen jetzt nicht erwähnen, aber Gummi weiß es, Gummi weiß es Der, der hat dann auf dem iPad gehackt, ne, und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht, wenn einer hackt Ne, Gummi? Achso Ja Aha Ne, ne, Gummi, Gummi selber nicht Ja, ja Aber Gummi weiß, wen ich meine Ja, klar, wusste das Aber, äh, ich bin ganz froh, dass ich das nie Weißt du, also dafür konnte ich mich nie Aber, das habe ich gesehen, ähm, bei Tatsumaki, die erfolgreichsten Videos sind, äh, Simpsons, ne, wie, wie man's hackt Ja Ja, du wirst wie man Videos macht, was? Ja, ne, das ist echt traurig Obwohl meine erfolgreichsten Videos sind auch die, wo es irgendwo ein Spiel umsonst gibt Ja, ist aber nicht so schlimm, als man die über Hacks macht Und ich kriege immer noch Anfragen von meinem, ich weiß gar nicht wie alt das ist, drei Jahre oder vier Jahre Wie man DayZ, äh, auf Deutsch stellt Immer noch? Ja Scheißenreck Ernsthaft, ja Erst, erst heute Ich habe da ja auch so ein Tutorial gemacht, Herr Lunker hatte doch damals so eine Datei geschrieben, damit man das, also Damit die INI auf Deutsch, also für Leute, die es halt nicht hinkriegen So ein German Ja, aber inzwischen kannst du das doch über das Hopponnie selber machen, ne Ja, du kannst es doch einfach über den DayZ-Commander, oder gibst den gar nicht mehr bei dem Näh Worüber macht man es jetzt? DayZ-Launch, gerade Aber der geht ja dann bestimmt auch, oder nicht? Oh nein Ah, da war ich zu langsam Hast der DayZ-Launch da jetzt? Ähm Ja, ist ein bisschen anders, das zu Ich habe noch zwölf Minuten Jaja, wir sind gleich mit dem ersten Match fertig Der Match geht fünf Minuten Ich habe ja gesagt, zwei schaffen wir, bis er fertig ist Ja, ich habe auch noch einen Pipeline gebraucht, also von daher Ich hoffe, du hast Kondome genommen, sonst hast du einen Braten in der Röhre Digga Diggah Nur weil ich mich verhalte wie ne Bitch, heißt es nicht, dass ich ne Ne Bitch bin Ja Oh Mann ey, ich muss echt aufhören Du musst echt aufhören, es gibt Geschlechtskrankheiten Am Pillemann Äh, ne, ne, Alter ey, was weißte, ne, die andauern irgendwelche Weiber bekommen Sind so ne richtige männliche Ruhe, Alter Ich hab mich cool gefühlt, weißt du, weil ich dachte, hier Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Rocket League Oh, weißt du, jetzt denk ich mir so, Alter, ey, fadst du dich nicht Weißt du, er redet einfach weiterhin, bis das egal ist, wann ruhig alle wissen Oh nein, 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 gut Dann kommt sie hierher, hat nen Freund, weißt du, und das ist ihr scheiß Ekel Nein Das ist ekelhaft Ach, schade mehr das hier Das ist hammer ekelhaft Was, war das, war das nicht ne Milf? Weggehauen habe, die, äh, die schon Freund haben, ja Hat auch Kinder, ne, hat auch Kinder Boah Ja, schön Ja, schön, ne, Pflanzparade Ne, da ging's jetzt grad mal, oh nein, 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 da kommen wir nicht ran Und das 17 Sekunden vor Schluss, so ein Pisser 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 Block hinten? Alle drauf, 17 Sekunden, komm Na, geht so Pisser Pisser Bleibst du erstmal? Nein, 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 ich hab ihn mit dem Hinterreifen rausgeholt Mit dem Hinterreifen Mit dem Hinterreifen Mit dem Hinterreifen Mit dem Hinterreifen Fink nicht so leicht, wie es ihn dann hört Ne Weil der Gummi muss ja auch erstmal Rocket League in sich aufsaugen Ich hoffe, er haut jetzt auch den Virus vor Hast du überhaupt schon was von dem Spiel gesehen, Gummi? Nö Alter, du wirst es lieben Ja, das ist es, das ist es, das ist es Nein Doch, das ist es Sehr gut, Hilly Sehr gut, Hilly Na, Gummi, wie lange brauchst du noch? 9 Minuten 10 Na siehste, eine Runde ist noch drin, hab ich doch gesagt Und ja Der ist klappen Oh, das will ich anlegen Guck mal, Mev, da sieht man unsere, unsere Bambusleitung 52, 52 Aber wenn alles gut geht, uh, 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 haben wir nächstes Jahr eine 25.000er Wow, geiler Tipp Toll Ja, ich weiß, ihr seid so viel geiler, 50 und 100.000 hier, ja, ja Ihr seid so geil, ihr seid so, oh Ach, irgendwann krieg ich auch mal Irgendwann Ja, Mev, bei dir müsstest du auch hier über LTE Verbindungen geben Ach, LTE ist doch Bock, Mist Nein Dann hast du dann irgendwann so schön Datenvolumen Nein, 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 das meine ich nicht, Hybrid Das ist, das ist richtig geiler Scheiß Das wäre meine Lösung gewesen, wenn ich, äh, Mev, 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 ich hab doch gesagt, ich bleib hinten Das wäre meine Lösung gewesen, wenn jetzt das nicht kommen würde hier bei uns Dann hätte ich, im September hätte ich bestellt Dann hätte ich 50.000er LTE, äh, Hybridlösung genommen, ohne Volumen, wohlbemerkt Ja, dazu Bietet Nazikom an Ja Hier drauf Ich war drauf Ja, fahren wir weiter hoch Ja, ich war acht oder zehn Jahre bei 1&1 und dann bin ich zu Nazikom jetzt gewechselt Ja, solange die rocken ist der Scheißegal, Mann Ich bin seit zehn Jahren bei Telekom Beste 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 D das kann doch nicht wahr sein schnell von hinten hilly hilly danke dort hilly der konkurrenz schade es war eine bananenflanke ich glaube so eine bananenflanke gab es im osten auch nicht oder kennst du den aussie-kompass schleswig kennst du den kennst du den aussie-kompass wenn du nicht weißt wo westen oder osten ist du legst eine banane hin und guckst dann von welcher seite sie angebissen ich bin immer noch an mauer aber mit dem peter ruf ich fahr wieder zurück ich springe rum in die mitte ich springe auch ich springe doppelt ich bin im ziel der pfg ich bin im tor ja ich fahr vorbei auf fangen sehr schön einfach mehr falsche richtung hat die Kikis sich gegenseitig ja wie wir na warum sagst du denn nichts du musst sagen hab ihn dann verstecke ich mich ganz schnell man muss kommunizieren fragt den Schleswig hab ihn siehst du guck mal so wie Math man muss kommunizieren mit dem Tor Nagumi wie lange noch habe ich heute eigentlich schon erwähnt dass der HSV VfW Stuttgart 3 zu 2 bleib ich hinten? ok weil ich mich wäre rausgefahren das wäre übel dann wäre ich noch da gewesen nein einfach Math weil ich finde das hört sich irgendwie lustig an definitiv und irgendwie kann man sich da das hört sich doch irgendwie lustig an das ist wie ich einfach unverbesserlich da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht aber Melfem X85 den WB scheiße scheiße ist raus ist raus ist raus ist sowas sagt man doch nicht in einem Zug und da wollte ich sagen ne wenn man dann mich ansprechen will soll man einfach Melf sagen ja ich glaube aber nicht dass man das in einem Zug auch sagt weil ja nein nein das soll nur einfach Melf ne du fährst zu selten deutsche Bahn Alter einfach nur Melf das ist einfach ne ist schon klar ja ja ist schon klar aber dafür fährst du zu selten Zug ne 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 einfach Zug ne hab ich jetzt nicht so gepeilt aber weil du gesagt hast das sagt man nicht in einem Zug ach so verstehst du da Tildegard versteh ok braucht mich ein bisschen länger sorry sorry einfach 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 weggeflogen ne ich hab die ich hab die weggeschissen aber ich hab auch einen super Lake gerade oh 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 Hilly Hilly der kommt gut der kommt traumhaft der kommt oh du bist es Billy du bist es guck mal wie er glänzt hier wie er glänzt sei die eine bestimmte Person nicht mehr dabei ja ja wo man denkt oh oh Cheater und das ist was hinten drei Minuten hm wir haben noch 18 Sekunden was von der da oh um der Schilder Prozent aber muss ich jetzt dann auch machen wenn das Homebase einfach Alex Prozent Nr und auch scheiße oder ja ich hab ja ins Team auch vieles Drittschwein mit Mannheim ich weiß nicht und doch ich weiß was war eigentlich könnte ich es eine Hausnummer mit nichts nach sich und wie wir sein Wort wird sie nur noch einfach mehr er nur um dann denke ich so wenn man mich jetzt suchen wollen würde mich mal mit mehr mit 80 findest mich halt überall Weißt du? Mh. YouPorn. Tumblr. Tinder. Tinder. Chatroulette. Mavs. 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 Weißt du? Xhamster. Xhamster. Aber er sagt ja auch Mav. Tube. TubeMade. Warum nennst du dich nicht einfach Mav? Also nicht einfach Mav, sondern... Mav. 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 Ich weite einfach... Mav. Also ich weite, dass du da... Mavs. 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 So einfach Mav. Ja, wo man mich doch gar nicht hinter Mav findet immer. So, also... So. So einfach. Mavs. 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 Ja, schreib's einfach Mavs hin. Ja, wo man mich so nicht findet. Find ich! Ich wette, wenn du dich Mavs nennst, bin ich trotzdem. Weil es kommt ja drauf an, wie du dich eingeloggt hast. Ich wette, wenn du dich Milv nennst, findet man dich auch. Ja, aber dann kommen ganz ominöse Anfragen wahrscheinlich. Ja. Du Alex. Einfach Milv. Einfach Milv. Hast du überhaupt noch Lust, das weiter zu spiegeln? Also ich... Hä, klar! Mit Gummi gleich! Ich bin ja rausgegangen jetzt irgendwie. Ich hasse euch so sehr. Weißt du, 30 Sekunden noch, weißt du? Oh, ich geh ins Bett. Komm, lass mal gehen. Hau rein! War schön mit dir. Ja. Fickt euch hart! Weißt du, die ganze Zeit warten wir. Ich finde, du musst du dritt machen, irgendwie. Die ganze Zeit warten wir auf Gummi. Na, kommt er so spät. Ich bin ja gerade alleine. Bis morgen früh. Ja, und dann bist du Weltrangliste 1. Ich mach halt die Nacht durch. Ach, der muss auch noch nichts verlieren. Mhm, das war mir klar. Deswegen bin ich gerade im Training. Ich warte auf dich. Oh, du bist so Sahne, ne? Ja, ich weiß. Wie, wie Eichelkäse. Ja. Und wer stöhnt einfach dabei aus? Aha. Der ist so Sahne. Der ist so Sahne. Ich hab mir jetzt ein Bier geholt. Ein leckeres Lager. Und du trinkst Bier? Ui. 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 Du bist so kriminell, Alter. Du bist so Parkpenner. Boah, trinkst Bier. Ja, aber ich trink Bier zu Hause. Ein schönes Ötty. Ne, ne. Das ist ein Ratsherrn. Was denn das denn? Das ist Eilbrauerei. Also gegenüber von... Eilbrauerei. Eilbrauerei. Ja. Wir bauen hier selber. Mhm. Und so. Da gehen wir mal hin. Das ist eigentlich recht günstig da auch. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Hahaha. Genau so fängst du viel an. Hahaha. Geil. Einfach. Einfach hart. Einfach mehr. Achtung. Verbände einen Controller für eine optimale Spielerfahrung. Pick dich. Habt ihr eine Einladung geschickt? Erstmal entspannt ihr euch. Steuerung. Oh. Erstmal entspannt ihr euch. Bleib mal Adi als ruhig. Ja. Hier links. Sprung ist da. Buche ist da. Wir können ja auch machen. Ich bin Alex gegen mehr Pfund Gummi. Wollt ihr. Wollt ihr. Wollt ihr. Ein Doppelmatch. Du hast Hillbilly vergessen. Ach. Ja stimmt. Ich dachte er wollte nicht. Wie viel sind wir denn. Neh pass auf. Dann spielen schleswig und ich gegen euch drei. Geht doch auch. So. Die Musik gefällt mir schonmal. Doch geht. Soll ich nochmal reinkommen. Ich komm nochmal rein ne. Ja komm nochmal rein. Ich lad nochmal alle ein hier. Hohe Qualität. Hohe Qualität. Wo haben wir denn. Einfach Math. Ja. Das passiert wenn man Lager trägt. Was ist echt lange abgelagert. Hohe Qualität. Ach das ist bei dem Spiel scheiß egal. Dein Rechner packt beides. Rechner packt gar nicht. Ja aber was ist besser. Ja hohe Leistung. Einfach hohe Leistung. Aber hohe Qualität. Sieht natürlich schon da aus. Aber hohe Leistung. Vielleicht hast du schneller den Ball. Weißt du. Ja das ist aber dann Doping. Ach doch hohe Qualität. Ja aber nur für die Haare. Lässt du welche? Ach ne hast du schon. Hab schon. Nimmst mal Einladung an Gummi. Erstmal entspannt ihr bei euch. Ich hab sogar keine Ahnung was ich hier mache. Ist doch egal. Mach ich bitte nochmal einen. Ja. Und den zuck ich jetzt mit dem Gummi und dem Gummi? Ja er hatte Piratnütze auf. Oder einen Zauberhof. Äh da. Flash ich hab grad Schleswig gesucht. Ich hab grad Schleswig gesucht. Du kannst ja auch ein Nickname da hinzufügen ne. Machen wir privates Match ne. Hab ich auch schon gemacht. Ich hab das bei fast allen Leuten gesagt. Ah hier Billy du musst privates Match. Das nervt auch tierisch ne. Diese ganzen Umbenennungen. Früher war das einmal am Tag möglich. Heute kannst du das einmal die Minute machen. 3G3. Sag mal so ne. Hm. Sag mal so einfach. Ja 3 gegen 3 dann ne. 3 gegen 3. Wir sind ja keine 6 Leute. Aber du hast privates Match gesucht. Ne. Privates Match erstellen hast du gemacht. Hm. Ja irgendwie. Mal gucken ne. Mal gucken ne. So pass auf. Dann gehen. Gehen. Äh. Flash und ich in blau. Dann gehen wir orange. Ne. Ich bin blau gegangen. Ach scheiße. Wie kann ich ihn wechseln. Wie kann ich ihn wechseln. Team wechseln. Ja ja. Hab ich grad gefunden. Orange. Dann geh ich blau rein. Orange. Soll ich hin. Blau. Oh du hast mit Bot gemacht. Ne das ist scheiße. Äh. 3 gegen 3 wechseln immer. Ja. Ne ist trotzdem kacke. Ja geht das. Dass man den Bot deaktiviert. Ja das geht. Das hast du in den Einstellungen. Ja können wir. Pass auf. Dann lass uns doch nochmal anfangen. Alex. Ja ja ja. Ich komme. Ja wollen wir. Ja man. Okay. Pass auf. Gehen wir nochmal raus. Match verlassen. Weil Bot spielt auch immer gegen dich. Irgendwie hab ich das Gefühl manchmal. Okay. Dann hier. Kann man nicht einfach. The Flash. Die Schirmherrschaft geben. Drück mal drauf. Hilly. Auf The Flash. Und guck mal ob du da nicht einfach admin hinschieben kannst. Ja das kann er machen. Wirklich. Okay. Leg los. Mr. Flash. Bartesmatcher stellen. For Ferris MC. 3-3. Europa. Name. Passwort. Nein. Falsche Richtung. Ball. Hä? Ist Gummi noch nicht draußen? Na. Gummi. Verlass mal das. Ja dann kommt doch mal raus. Alter. Seid ihr irgendwie beschränkt? Kommt doch mal raus. Hauptmenü. Wart euch mal. Oh. Ich bin so entspannt. Mir läuft schon die Kacke am Bein runter. Ganz flüssig und fließmuskel und so. Ja ich hab alles entspannt. Alles entspannt. So. Was sind wir orange ja? Orange. David. 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 David Magohella. 2 gegen 2 ist oder was? Ne. 3 gegen 2. Ach 3 gegen 2. Ja das ist natürlich viel. Hab doch keine Ahnung. Ich mach orange. Ich mach. Soll ich blau machen? Ja ihr macht blau. Orange. Ja klar. Oder Alex. Ich bleib hinten. Ich hab keine Ahnung. Vorsicht. Was ist denn hier passiert? Oh fuck 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 fuck. Ich bin falsch. Also entweder leckt es bei mir wie Sau oder? Qualität war zu hoch. Kannst du aber im Spiel kannst auf Optionen gehen. Ja Alex jetzt sollten wir. Ja 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 ich weiß. Nicht. Nicht. Ja scheiße. Nicht simultan machen. Ist mir bewusst du kämpfst ich bleib hinten. Ne das meinte ich hier weil ich nicht beide auf einem Ball weißt du. Naja mehr Bälle haben wir nicht zur Auswahl. Oh nicht schlecht Mav. Ach so jetzt mit Mav on there. Komm einer rein da einer rein da. Fuck it. Geh du auf den Ball. Ne machst du doch nicht. Hey. Du machst es einfach nicht. Rennt ihr mal aufhört mich durch die Gegend zu kicken. Ja. Oh jetzt jetzt jetzt. Oh ich kenne was. Ach so. Ich setz mich jetzt mal anders hin hier. Nups. 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 Weißt du aber Hilly hat auch mal endlich getroffen seit irgendwie 60 Matches. Ne 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 Hilly hat eben richtig gut gespielt. Glaub ich nicht. Ich aber. Ja glaub ich aber nicht. Soll ich mal dein Team das andere Team bisschen schlechter machen? Nein. Komm geht der geht der. Schade. Was hast du denn für'n Delay. Der war schon lange in eurem Tor. Ja 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 ja. Na. Hilly. Tja. Kill Hilly. Tja. Ha. Zu hoch. Komm 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 komm. Ich arbeite hier. Ich arbeite hier. Finde. H�burh mal. Titel denn Press nach hinten Alex? Neh sehr nice. Peugeweight. Ohör so bleu. Tja ich hab auch gedacht den könnten sich ein bisschen geiler nehmen. Hilly danke dass du ne Einladung geschrieben hast qera da 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 doch was doch er hat nun da habe ich hätte gedacht leider das kann noch nicht wahr sein kommen wir einmal in einer Zauberhandel der Praktik-Bestalter aber gut wer hat die Lack-Sachbeweisung wir werden ja ja lange dass er Lack ab weiter ja ja ich war wieder ein Stück zurück du kennst ne ein ich war auch nicht will der Karte der Kamera das ist unser Bulldozer Gumi du musst unbedingt den Ballkamera spielen oh shit oh shit das war's da fehlt uns einer naja baby wieso wieso wat das war ich easy game ne hey warst du gar nicht guck mal hey Bli hat das gemacht Gumi bist du schlecht werfe Alter der sich nochmal blut für die Bitch oh Elendertreißack ja wir legen jetzt los ja ja wir haben wir wollen da ein paar Gegner haben hier so seid ihr alle schneller da als ich weil man pustet hab keine Ahnung das kann nicht sein das kann nicht sein da stehen die kleine Klamotten hier kommt oh nice das kann nicht wahr sein ich bin ein alter Mo genau Gumi ins blaue Tor ins blaue Tor ins blaue Tor genau da ist mir zu richtig hin oh der kommt der kommt ich bin wo bin ich ah fuck ah fuck nice ah ihr seid so schlecht seit ihr beiden Alter ja natürlich ich kenne einen als Spacko Alter haha ach die ist scheiß vor oder weg ne das muss ich mir nur angucken geiler hat es sehen alter du gehst du gehst drauf bleibst drauf hm oh Alex ja 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 guck mal der Gummi will hier wirklich was reißen der macht uns den Virus fuck oh alter das sind die Lappen weißt du das sind die richtigen Lappen ha ha hast du verdient mitte oh scheiße oh scheiße oh scheiße ja 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 was das geiles Tor guck's dir an und jetzt er kommt von hinten er wartet und er gibt voll Gas und rein Nein da bitte und den bin jetzt fast verhindert ok Gummi hat das Spiel verstanden bleib wieder hinten geil leider ist das Spiel geil das Spiel ja leider ist wenn ihr nicht da seid ja aber du wolltest uns ja nicht glauben dass es geil ist nö es ist zwei Wochen wieder äh bei euch weiß man nie oh nein das kann der geht rein der geht rein Baby ja der geht auch das ist echt der Herausforderer macht mich schön jetzt Lade irgendwie gewinnen wir was machen wir wir können das nämlich gewinnen die haben eine Kuh mehr als wir der Hammer wie ich abgehe der Hammer wie ich abgehe der Hammer wie ich abgehe ja gegen zwei ey ganz starker Typ ja ist auch kein Ding also Hilbili hat mich eingeladen eigentlich könnt ihr jetzt noch mitspielen du hast das Spiel nicht danke aber sie könnte trotzdem mitspielen doch f*** dich ey äh 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 nö 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 wenigstens könnt ihr die auch ohne ohne Torwart spielen äh äh warte man spielt hier mit Torwart alle alle und komm jahre au ja danke huaa bitte wir haben abgagen dabei so gute Nacht jungs na 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 gore nacht meli ich liebe dich das ist lieb von dir du kannst die gleich wieder zusammen scheißen dass er endlich das Haus reparieren soll Ja. Wo bleibst du eigentlich, mein Freund? Alex, warum bist du? Ich arbeite. Ja. Mein Haus baut sich auch nicht rein. Oh, ja, geil. Weil wir beim 4 zu 1 und 30 Sekunden einfach jede Chance nutzen müssen. Head-Rick, Alter, Head-Rick, ich bin der fucking geilste bin ich. Ja, 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 ja. 4-Tor-Range. Wir machen jetzt alle 2 Sekunden ein Tor, dann schaffen wir es auch nicht. Nein, wir sind raus. Wir, wir, Revanche. Wir spielen jetzt, nächste Runde spielen wir anders. Vielleicht sollte Kumiko nicht so viel WC spielen, dann könnt ihr ja auch das Haus machen. Oder sich mit Frauen rumtreiben. Treiben? Hm.